So, heute nochmal was zu dem Thema, alles ist ungesund, pflanzliche Nahrungsmittel, pflanzliche Nahrungsmittel ungesund und da wollte ich nochmal ein Video machen und erzählen, wie man da argumentieren kann. Mir wurde geschrieben, was, ich wusste nicht, was ich sagen soll, als mir eine Person ankam und gesagt hat, ja, aber da ist Gluten drin und das ist überzüchtet und das ist gespritzt, das ganze Obst und Gemüse, das ist alles ungesund. Hier mal ein paar Gedanken dazu und wie man dagegen argumentiert vor allem. Also, ich sage jetzt mal einfach die Punkte, die so auftreten, die einem vorgeworfen werden und wie man die dann kontert. Man kontert die mit zwei Argumenten und zwar hier einmal die ganzen Punkte und zwar der Boden ist heutzutage verseucht, der ganze Boden, wo alles angebaut wird, verseucht, deswegen alle pflanzlichen Nahrungsmittel verseucht. Der Boden hat keine Nährstoffe mehr, das kennen wir auch, hat keine Nährstoffe, also in einem Apfel ist nichts mehr drin, außer Kohlenhydrate und Wasser, Ballaststoffe vielleicht. Aber ansonsten ist nichts mehr drin in Obst und Gemüse und Getreide und so, also pflanzliche Nahrungsmittel, keine Nährstoffe. Obst und Gemüse hat keine Vitamine mehr, das ist ja der Punkt Monsanto, wisst ihr ja, die sprühen auch irgend so ein Zeug, ist mega, mega schädlich und so und deswegen alle pflanzlichen Nahrungsmittel ungesund. Und dann alle Pflanzen genmanipuliert, auch ganz, ganz wichtig, weil gegen Schädlinge, damit sie gegen Schädlinge nicht mehr befallen werden können und so. Also genmanipuliert macht eigentlich Sinn, okay, aber da alle Pflanzen jetzt genmanipuliert sind und genmanipuliert ja was ganz, ganz Schlimmes ist und auch alle Krankheiten und so auslöst, deswegen alle Pflanzen ungesund. Arsen im Reis, das kennen wir ja schon, habe ich ein extra Video gemacht, da habe ich erzählt, was mit dem Arsen im Reis ist und ob das ein Problem ist. Und dann alles auf Gluten überzüchtet, Nudeln bestehen nur noch aus Gluten, genauso wie Brot, das besteht nur noch aus Gluten. Und Gluten natürlich ganz, ganz übel, ist ja ganz klar, habe ich auch Videos zu gemacht, wo ich die Wissenschaft gezeigt habe, wie übel Gluten ist. So, und dann in Haferflocken isst Mineralöl, kennen wir auch, gab es so ein paar Artikel, dass in Haferflocken Mineralöl ist, deswegen Haferflocken ungesund. Und dann Antinährstoffe in Gemüse natürlich, kennt ihr die ganzen Antinährstoffe, du isst Gemüse und dann kriegst du Krankheiten und stirbst vielleicht und so, ne, kennen wir auch alles. Und dann der letzte Punkt, alles Obst mit Fruktose überzüchtet, kennt ihr auch, ne, alles, eine Banane hat zehnmal so viel Fruktose wie früher, deswegen auch Fruktose natürlich, Fettleber, Krebswachstum, ein bisschen, diese ganzen Sachen aus der Low-Carb-Szene. Von daher, das waren die ganzen Punkte. Und jetzt meine Gegenargumente dagegen. Was sagt man dagegen, wenn einem, einer sowas an den Kopf schmeißt? Ja, das ist dies, verseucht, keine Nährstoffe, genmanipuliert, Arsen, bla bla. Was sagt man dagegen? Es gibt zwei Argumente. Argument Nummer eins ist, es geht darum, in deinem Leben, ja, was Ernährung angeht, sich so gesund wie möglich zu ernähren. Das heißt nicht, du sollst dich so ernähren, wie es am allerperfektesten wäre. Du sollst nur Bananen essen, die wirklich, ne, die nicht genmanipuliert sind, nicht überzüchtet, auf nährstoffreichem Boden wachsen, halt die perfekten Bananen, die gibt es nicht. Es gibt nichts Perfektes. Der gesamte Planet ist verseucht, okay. Auch Tschernobyl und sowas, ne, da wurde, da ist Atomkraftwerk hochgegangen oder ein Reaktor und der hat das ganze Zeug in die Luft gesprüht und das hat sich auf der Welt verteilt, okay. Deswegen, alles ist verseucht. Worum es geht im Leben, was Ernährung angeht, ist, von allen Menschen, die existieren, am gesündesten zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Du willst nicht an den Sachen erkranken, an denen alle anderen erkranken, okay. Darum geht es. Du musst aus dem, was da ist, musst du das Beste machen. Darum geht es. Nicht das Perfekteste machen. Ich darf nur noch perfekte Nahrungsmittel essen. Nur noch selbst auch angebaut auf meinem eigenen Boden, den ich selbst hergestellt habe und remineralisiert habe und dessen bestimmten, äh, in einem bestimmten Glashaus, wo der geschützt ist gegen äußere Einflüsse, ne, damit er nicht von der verschmutzten Luft noch kontaminiert wird und sowas, ne. Auch das wäre alles kontaminiert, weil du kannst, die Erde ist schon verseucht, du kannst da nichts machen. Alles ist ein bisschen verseucht. Auch die Luft. Es gibt nirgendwo reine Luft, die wirklich reinste Luft, so wie die vor, ich weiß nicht, einer Million Jahren war. Sowas gibt es nicht mehr. Deswegen musst du aus dem, was jetzt da ist, das Beste machen. Darum geht es. Und Punkt Nummer 2, das ist eigentlich so das Hauptargument überhaupt und das ist einfach so eine Logik-Sache, äh, der Punkt mit, äh, Wissenschaft. Was ist am gesündesten? Das weiß man doch. Es gibt doch Studien. Darüber spreche ich doch in meinen ganzen Videos. Darum geht es hier auf meinem Kanal. Menschen essen Ernährungen, ja, der eine isst viel Fleisch, der andere wenig Fleisch, der andere isst wenig Gemüse, der andere isst viel Gemüse. Was zeigt es immer? Immer, je mehr Pflanzen ein Mensch isst und es ist völlig egal, was für Pflanzen, äh, die Pflanzen, die auf verseuchtem Boden wachsen, die keine Nährstoffe haben, die nicht bio sind, die genmanipuliert sind, die Mineralöl enthalten, die auf Fruktose überzüchtet sind. Wenn du die isst, dann lebst du länger. Je mehr du davon isst, von den pflanzlichen Nahrungsmitteln, egal welche pflanzlichen Nahrungsmittel, umso gesünder wirst du. Das zeigt jede Studie der Welt. Okay? Und das ist halt das Argument dagegen. Jemand kommt dir an und sagt, Gemüse ist bespritzt und das ist ungesund. Jetzt gehst du hin und sagst, äh, nein, guck dir jede Studie an, die es gibt. Je mehr Gemüse du isst, umso gesünder bist du. Je mehr Gemüse du isst, umso weniger Diabetes hast du. Je mehr Gemüse du isst, umso weniger Krebs hast du. Versteht ihr? Das Argument ist eigentlich ziemlich einleuchtend und logisch und das ist das Hauptargument, das man bringen kann. Wäre das alles so schädlich, diese ganzen überzüchtet, genmanipuliert, bla bla, dann würde die, die Wahrscheinlichkeit an einer Krankheit zu erkranken steigen und das passiert nicht. Sie sinkt, wenn du pflanzliche Nahrungsmittel isst. Und die gesündesten Menschen von allen Menschen sind die Menschen, die die meisten Pflanzen essen. Egal was für Pflanzen, das sind keine Bio-Studien, wo Menschen nur Bio-Nahrungsmittel essen. Sie essen die ganz normale Standard-Vegane Ernährung, sogar mit Ersatzprodukten drin und alles. Und sie sind die gesündesten von allen. Und somit ist das Argument widerlegt. Mit dem überzüchtet, keine Nährstoffe, bla bla bla, bla bla bla. Okay? Ganz, ganz einfach eigentlich. Von daher, das war es eigentlich schon. Das ist das, das ganze Thema mit diesen ganzen Punkten, die ich am Anfang aufgezählt habe. Das ist nichts anderes als Filmeschieberei. Du schiebst dir einfach Filmen, du sitzt da und denkst dir Probleme aus. Ah ja, jetzt bin ich Veganer. Jetzt will ich Brokkoli essen. Aber den kann ich nicht kaufen, weil der ist bespritzt worden. Ah, der Boden ist nährstoffarm. Aber was soll ich denn jetzt machen? Man lebt in einer Welt, die man sich selbst erschaffen hat, mit Problemen. Da sind einfach irgendwelche Probleme. Verseuchter Boden, keine Nährstoffe überzüchtet, genmanipuliert. In so einer Welt leben manche Menschen. Ganz, ganz üble Sache. Und das sind dann die Menschen, die auch Veganismus dann aufgeben, weil die denken sich dann, ah, das alles so verseuchte ich erstmal lieber die Tierprodukte. Und die Tiere essen auch Pflanzen, die ganzen, und Getreide und alles. Und die akkumulieren das Schädliche im Fettgewebe. Das macht Fettgewebe, es akkumuliert Schadstoffe. Und aber, ne, das ist, ja, wie in dem Vortrag von Professor Dr. Wade hat er gesagt, da diese ganzen bestimmten Chemikalien, die sich da in den Tierprodukten anreichern, die sind 10.000, 50.000 Mal höher konzentriert im Fettgewebe der Tiere als in Pflanzen, weil da wird es nicht konzentriert. Das kannst du abwaschen. Und ein Steak kannst du nicht abwaschen. Da ist es drin, da kannst du es nicht rausholen. Das ist, okay, das geht ein bisschen zu tief jetzt. Aber, wie gesagt, das sind die zwei Argumente. Es geht darum, die Gesündeste das Beste zu machen aus dem, wie es jetzt ist. Und zweitens Wissenschaft, okay? Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mich gerne unterstützen bei meiner Arbeit. Und nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Und guckt ein weiteres Video. Peace.